ich glaube ich darf schon wieder für die letzten Portings machen schon heute also wenn wir wie gesagt jetzt das nächste Mal weiter spielen dann werden wir ähm wo wollen wir jetzt eigentlich ganz so anders sein warum müssen wir jetzt erst mal hin also wir wurden gerade so zu zucken wir mussten dieses Laden wir gibt keine Kohle und es ist blöd ja nicht immer komm schnell wir wollen doch was sind unsere letzten paar Zeiten boah das ist ja auch auf einem Fall hey schön dich zu sehen ins Kalender ich bin gerade dabei Tags Einkaufsparadies zu eröffnen und könnte etwas Hilfe gebrauchen als gefallen quasi na was meinst du je schneller ich eröffnen kann desto mehr kann ich was verkaufen schnapp dir am besten erstmal den Stapel Holz da drüben wir brauchen Regale für die Auslage ja klar jetzt müssen wir auch noch einen Job machen wir müssen die Welt retten und wir müssen nichts dazu machen ach hier ist noch vorne ja jetzt mal raus nicht irgendwie jetzt mal raus du helpて jungen sie machen hier nicht Empire Ja! Wollen wir das jetzt noch sein? Huh. Diese Statue repräsentiert. So, das ist ein Mann. Trink es hin, wo du weißt jetzt nicht mehr. Rettung, trink es hin, wo du weißt jetzt nicht mehr. Rettung, trink es nicht mehr. Du musst. Oh. Du musst jetzt. Schlau. Wollt ihr jetzt einsam mehr? Oh. Jetzt brauche ich nur noch ein schönes Gummis. Naja, hier sieht man. Werbung ist alles in diesem Geschäft. Wir müssen aber so einen Preis haben. Na komm, so. Das ist hier gewesen. Das läuft so. Kann's auch mal gedrückt halten. Dann kommt der Polo. Naja. Das ist doch so was schönes. Naja. Ey, das ist ja gut. Da hat Tagsbeinkaufsparadies nun eröffnet ist. Komm doch rein und sie dich etwas holen. Na sie muss da gegen's tun. Na, aber, du musst du mal aus. Können welche Art von Objekt du in meinem Laden ansehen möchtest? das ist ja auch um die Verkaufsdauer das ist auch nicht viele Leute umsonst gemacht du bist wirklich was besonderes sie sehen uns so als wäre ich ein Geld sie sind persönlich in der großen Hölle danken in dem riesigen Baum der in der Mitte wer weiß vielleicht gibt es eine Belohnung für dich gehen wir mal kurz zu dem Verweiserungsdauer das ist das Grund groß ist wie gesagt da wir gehen erstmal zu den Verweiserungsdauer ich glaube nicht wir sporen das ist das die Beine so also auch wieder da weil es so ist das 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 ich habe meinen Schwingen Dein Schalterchen Wo ist ein Meiner? Du musst dann hier rüber Ich geh Ja, aber ich bin an der dummen Stelle Du musst dann hier rüber Du musst dann hier rüber Ach, jetzt machen wir ihn wieder aus Mach mir den aus Geh weg Geh weg, du musst dann hier rüber Bleib einfach weg, du musst dann hier rüber Mann, da ist Dings entklingen Ich dachte, du jetzt nicht treffen Geh mal weg Ganz so anders hin Ganz so anders hin, ganz so anders hin, wo ich mich antreffe Was was denn du mit wirst? Geh drüber wie... Was ist das denn? Na ja, hier am Ende doch Toll, ist wie du gefallen Ich hab deine Stimme dann verständlich bewegt Ich geh jetzt so Ich geh jetzt so Ich wüsste du Das bleibt immer was den glauben Ich muss auch den großen Ich muss auch den großen Nein, das ist so Ne, das ist so Komm, ich hab rein Hier stelle ich So, du bist da bitte Das ist schon Das ist schon Genau, du kommst von da drüben Und ich schließe aus hoch Und wenn du da rüberkommst Hä? So, ich hab auch noch mitgefangen Genau Toll Das hat er so in mir gestellt Das hat er so in mir gekriegt das ist das weiß nicht so dass man das alles das sind das es gibt nur noch so vorlässig und so ist das erste was sie er das ist die die das ist es das stimmt jetzt haben sie das ist zu dir sie wurden die Begründung ist es so gut das war jetzt die Saison die ja du musst du nicht in der Mitte das ist nicht also jetzt ist das Rätsel also äh ja es gibt viele Wege aber das ist ja leichtes oh 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 so schwer ist jetzt voll Boah, Alter! Danke, dass du mich gerettet hast, Skylander. Ich bin die Holgine von Halshausen. Du kommst gerade rechtzeitig. Ich fürchte, die alten Elementarwesen sind in Gefahr. Jetzt, da Chaos weiß, wo er sie finden kann, musst du sie beschützen und dafür sorgen, dass sie sicher wieder hierher zurückkehren. Bist du redest irgendwo in das Auto rein? Wenn du stark klar bist, geh zu Tessa. Sie kennt den Weg zum ersten Elementarwesen, dem alten Flashpin. Wir kommen jetzt wieder zum Upgraden. Möchtest du kurz zusammen? Ja. Das ist der spezielle Trick. Haben wir. Dann machen wir das Upgraden noch. Ich glaube, noch ein bisschen rum beim nächsten Part. Denn bestimmt beim ersten Elementarwesen erzählen, dass du ein bisschen darüber bist. Weil ich kann nicht alles machen. Tut mir leid, es ist auch gerade abends. Viele Netzwerden sind zwar älter. Aber ich bin erst elf. Und gerade zwölf. Also ich werde zwölf. Bestimmt. Ich bin jetzt mal rein. Ja. Bist du bereit, physische Perfektion zu erreichen, die es mit meiner aufnehmen kann? Ja. Du musst du alles anscheinend voll machen. Ober und unten. Siehst du dir eins aus? Hm. Ich würde mir die Klinge nehmen. Guck mal, da kommt eine Klinge raus. Das. Erster Marktail, dann würde ich das nehmen. Dann muss ich das nehmen. Dann nehmen wir das. Dann kann ich letztendlich kommen. Du musst das nehmen. Oder ich war auch genau das. Und dann auch wenige Werte für das 2% Rabatt ist. Ja. Also 30 Münzen weniger Worte am besten. Wenn du mehr Robill君 kriegst. ja ich bin ich in der Hand das sind die ich bin ich weiß wenn er hat sie ja die auch es ist so ist es und nicht erst das ist und nicht auf es ist Unten bist du ja schon mal. So, wenn wir das nicht mehr kaufen, dann kommt das frei. Musst du sogar. Musst du da drücken? Geh doch mal rüber, das ist nirgendwas zu drücken. Ui. Kann ich noch kaufen? Kann ich noch kaufen? Na ja, gar nicht. Soll ich noch machen, wenn wir das auch kaufen? Nein. Das ist nirgendwas zu drücken. 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 Ich wette, dass wir auf dem Trainingsgelenk eine Schätze dazugeben werden. Ja genau, wir gehen mal auf dem Trainingsgelenk eine Schätze dazugeben. Was? Schätze? Geld? Warum? Das machen wir dann mal alles. Wieso? Jetzt müssen wir schnell weiter. Wo denn überhaupt? Am Trainingsgelenk hier mit den Puppen. Da müssen wir die Puppen richtig verkloppen. das ist nirgendwas. Das ist nirgendwas. Das ist nirgendwas. Sieht das? Lass uns das nirgendwas. Ach geil! Aber ich verklappe dir das für gar nichts. Wann kommen wir mal mit? Guck mal. Frauen mit dem Kinten lang. Die kann man färben. Ich schieb hier den Regen. Wann kommen wir mit? Wann kommen wir mit? Oh! Im Paradies! Ich bin schon froh! Okay, tschau. So was haben? Kann ich mir auch kaufen. Ja, ja. Wann kommen wir? Ja, wir gehen jetzt zu Tessa. Und jetzt können wir auch, komm, komm, nein. So, ein Junge. Ja, sie sind so gut. So, noch nicht einsprechen. Das hat immer geklingelt. Und deswegen hören wir uns auch auf. Tschüss.